Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GTA 5. Heute überfalle ich die Tankstelle. Das ist gleich um die Ecke. Los geht's. So, da werde ich das Auto so parken, damit ich besser entkommen kann von der Polizei. Ja, Michael übernimmt den Überfall. Na, was geht ab? Ich meine, geh zur Seite. Ich werde die Kasse überfallen. Ja. Und jetzt nehmen wir die Kohle. Kohle, 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 Kohle. Und die zweite Katze knack ich auch noch. So, jetzt hau ich schnell ab, bevor die Polizei kommt. Oh, die sind schon da. Bye, bye, ihr Luschen. Und schon beginnt die Verwogungsjagd. Ja, zwei Sterne, das ist okay, die werden schnell los. Weil die Polizei gibt schnell auf. Also, ich habe schon einen Snackladen überfallen und sogar einen Geldtransporter. Also, den Geldtransporter sehe ich dann auf der Karte wegen blauem Kreis und dann kann ich ihn überfallen. Naja, das wisst ihr schon Bescheid. Das geht ja, Fans. Wow. Die Polizei hat so schnell aufgegeben. Ich glaube es nicht. Tja, was soll ich sagen. Das war es auch schon mit dem Video. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten GTA Video, wenn es soweit ist. Und jetzt kommt das Outro.